We will fight for freedom, of movement, is everybody's right. We are here, we will fight. Aber wir wissen, selbst wenn wir aussehen wie Sie, Sie würden uns erkennen. Ja, Sie würden uns unter Tausenden herausreißen. Wir kommen, statt jetzt im Dring. Bitte, und manche von uns kommen aus dem Wasser, wo Sie zufällig gerade nicht verhungert, verdurstet oder ertrunken sind. Und die wollen da nicht wieder rein. Die wollen da eigentlich zurück. Wir hätten mit unserer Stimme gern einen Beitrag zum Wohl dieses Landes geleistet. Wir würden überhaupt gerne etwas leisten für dieses Land, das sich in sich wohlfühlt, wie eine Sau, die sich wälzt in der Kuhle, in der Suhle. Durchs Meer, übers Meer, ins Meer, immer geworfen, immer getrieben, jahrelang. Schwimmen Sie, ertrinken Sie, stürzen Sie ab. Die sind alle wie wir. Die sind alle wie wir.